Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hätte ich bloß auf meine Mutter gehört. Halt! So muss es nicht sein. Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Professor Asbest und ich bin vom Institut Fribenius für angewandten Smalltalk. Wenn auch Sie es satt haben, liebe Frauen, dass Ihr Mann ein stiller Langeweiler ist, dann brauchen Sie dieses Buch. Der kleine Phrasendrescher von Till Honeder und Kester Schlenz. Nach der Lektüre dieses bahnbrechenden Ratgebers wird Ihr Mann zum eloquenten Topchecker, zum König der Smalltalks. Sehen Sie selbst, was passiert wäre, wenn ich als maulfauler Simpel dieses Buch vor dem Essen gelesen hätte. Kester, jetzt sag du doch auch mal was! Dieser Tropfen ist mir zu unentschlossen, keine Reintönigkeit und im Abgang ist dieser etwas flache Fusel doch eher enttäuschend. Schlechte Hanglage und eine Terz zu viel Schwefel. Sie sehen, liebe Zuschauer, was die Lektüre des kleinen Phrasendreschers aus müden Männern macht. Wirken auch Sie witzig wie John Cleese, smart wie James Bond und intellektuell wie Albert Einstein. Das Schweigen der Männer war gestern, heute Sülz der Mann von Welt. Ob Wein oder Whisky, Sport, Kochen, Literatur, ob Theater, Sexualität oder alternative Medizin. In über 50 Fachbereichen macht der kleine Phrasendrescher Sie fit für das Plaudern in jeder Lebenslage. Zu jedem Thema gibt es intellektuelle Phrasen, wie zum Beispiel, es gibt keine gesunden Menschen, sondern nur solche, die noch nicht oft genug untersucht wurden. Es gibt aber auch erhabene Zitate. Hier, Freud. Es ist bemerkenswert, dass die Genitalien selbst, deren Anblick immer erregend wird, doch fast nie als schön beurteilt werden. Sagt Freud. Da muss man mal drüber nachdenken. Wir haben aber auch viele entlastende Karlauer, wie zum Beispiel Essen, das ist Balsamico für meine Seele. Oder die Sixtinische Kapelle, immer noch eine tolle Band. Wir warnen aber auch vor Missverständnis. Hm, Quantenmechanik, keine Fußpflege. Das ist eine physikalische Theorie. Ja, ist gut. Ja, ja, ja. Und manchmal kann man auch lernen, wie man aus Situationen herausfraselt. Wenn es zum Beispiel um Kino geht, dann kann man sagen, ich war bei den Filmfestspielenden Cannes, kann aber auch Nizza gewesen sein. Oder der Kaffee für Depressive heißt Depresso. Das ist ein bisschen so bescheuert. Boah, Kester, jetzt nach dem Dreh kann ich es dir ja sagen. Der Wein, der korkt, das ist eine miese Plurre. Wirklich, das geht gar nicht. Till, der kann nicht korken. Dieser Wein hat einen Schraubverschluss. Ja, dann schraubt er eben. Um... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020